Kulturforum Mit den zahlreichen Museen, Konzerthäusern und Bibliotheken rund um die St. Matthäuskirche gehört das Kulturforum zu den kulturellen Zentren Berlins. Bereits die Nationalsozialisten hatten damit begonnen, die dortigen Villen aus der Gründerzeit abzureißen, um Platz für ihre Welthauptstadt Germania zu schaffen. Den Rest besorgten die Bomben im Zweiten Weltkrieg. Die umfassende Zerstörung bot nach dem Krieg die Möglichkeit, großflächig zu planen. Von den ursprünglichen Plänen blieb am Ende ein Stückwerk. Was vielleicht auch damit zu tun hatte, dass das Areal unweit der Berliner Mauer lag. Zwar finden sich auf dem Gelände des Kulturforums faszinierende Bauten wie die Philharmonie von Hans Scharon, die neue Nationalgalerie von Ludwig Mies von der Ruhr und das klassizistisch anmutende Gebäude der Gemäldegalerie. In Erinnerung bleiben dem Besucher aber vor allem die zahlreichen Brachflächen und der Lärm, der von der vielbefahrenen Potsdamer Straße herüberschallt. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.